so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors die nächste story mission dürfte anstehen wenn mich nicht alles täuscht das witzige ist jetzt wo ich aufnehme habe ich immer noch nicht habe ich immer noch nicht den ersten neu aufgenommenen part von hyrule warriors hochgeladen freigestellt will ich immer was anderes davor schiebe weil dann kamen die drei mayo maker parts vorher dann kam dass die die geschichte mit mit stevie vorher und das habe ich alles vorgezogen weil ich habe die hyrule warriors hat schon eher aufgenommen gehabt aber immer wieder habe ich gesagt okay die bringe ich dann später weil ich würde halt gerne hyrule warriors jetzt wieder am stück bringen das heißt ich werde jetzt noch mal den mayo maker part den ich ja gerade aufgenommen haben die hier die die wiederholung von dem ninja speedrun den werde ich jetzt noch mal vorher bringen und dann kommen aber erst mal drei vergangene hyrule warrior parts in der hoffnung dass ich nichts mehr dazwischen aufnehmen was anderes und jetzt kommt der keine ahnung ob er das jetzt verstanden hat oder ob das ist es eigentlich völlig irrelevant für mich aber egal ich hab's euch erzählt so ab jetzt davon ja wir haben die hauptmission vor uns hier ist überall nichts mehr ah ja wir können gut dass der immer hier ist da können wir gleich mal gucken da können wir gleich mal gucken ob wir schon wieder bei link verkaufen müssen der ist immer so schnell voll der junge es ist unfassbar schnell der junge voll ist das ist immer das gleiche zeug was man verkauft das ist unfassbar so wieder gut 1000 rubine gemacht alles easy ok gehen wir halt die auch kurz durch aber die haben alle nicht so viel zeug bekommen die sind eigentlich das ist alles in ordnung das kann man so stehen lassen link bekommt halt am meisten kram so ist es einfach so ok easy gott ja dann würde ich sagen ab geht's in das level der quelle des mutes ich bin sehr 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 gespannt was mich hier für eine story jetzt erwartet ob es jetzt wirklich alle drei quellen gibt oder ob es nur diese quelle gibt und die anderen werden so abgespielt wir werden sehen es ist also wahr ja seldas nächster geburtstag wird der tag sein an dem die verheerung zurückkehrt ja die fotoanalyse lässt fast keinen zweifel dann bleibt nicht viel zeit zähl da du wirst gemeinsam mit den rittern zur quelle des mutes aufbrechen ganz gleich was dafür von nöten ist erwecke die kraft in dir bevor die verheerung zurückkehrt ja zu viel druck aus den aufzeichnungen des wächters hatte könig roham erfahren dass die verheerung ganon an seldas 17 geburtstag wiederkehren würde daraufhin befahl er ihr sich unverzüglich zur quelle des mutes zu begeben um dort ihre macht zu erwecken wie alle anderen bewohner hyrules waren auch könig roham und selda von der furcht vor der sich anbahnenden zerstörung nicht verschont geblieben sie naht die zerstörung naht und das schlimme ist ja für die jetzt in dieser zeitlinie wissen die ja dass es in einer anderen zeitlinie schief gelaufen ist das erhöht den druck noch was in meiner macht stehen mag selbst wenn es nur die entschlossenheit einer untalentierten prinzessin ist ja selbst weil ich es mir immer und immer wieder schwor wie dem auch sei selbst die erforschung der relikte wird vergebene mühe sein wenn mir die kraft fehlt ich bin die einzige die zu gar nichts taugt ich bin die zeit läuft uns davon weil mein kleines päuschen sie steht gerade mal zehn sekunden im wasser ok ihr kommt hier nicht mehr weg der ist ein bisschen normaler blöden mobbler ich wollte gerade sagen der ist speziell oder so nein der sah wie ein schwarzer aus einfach wegen der dunkelheit ist aber normaler halt ein stärkerer blauer weil es eine höhere level ist aber zelda ist vom training oh ich ich ahne etwas hindere die truppen des monsters daran die quelle des mutters zu betreten 1 von 3 was war die falsche? hab ich es erwischt? yes! ab dafür! in your face! my friend! und 2 von 3 und da ist er hier noch aber gehört er dazu ist er 3 von 3 ja so ähm wenn jetzt aber eine zeit mission draus wird habe ich keine zeit kopf zu sammeln vor allem weil sonst würde ich gleich mal zu zelda zurücklaufen aber dann gerade ein bisschen dammeln je nachdem was die nächste mission wird weil da oben hieß es ja gerade schon vor allem zelda ist erschöpft so als wäre das jetzt äh jetzt muss man jetzt aufpassen erobere die vorposten ok das klingt eigentlich normal das klingt eigentlich als könnte ich mal zurücklaufen ohne dass hier was schief läuft das klingt zumindest so und dann guck ich mal kurz zu zelda und guck ob hier ein kopf ist so aber zelda ist erschöpft wir an ich mach das schon ist ok wen haben wir denn als verbündete aber eigentlich nur mifa also könnt ihr jetzt mifa losschicken ja komm schick mal mifa los tun wir mal so wie wenn wir das spiel richtig spielen hier ab dafür have fun mifa have fun habe ich doch gerade habe ich gerade nicht jetzt habe ich aber oder jetzt ist auch die anzeige weg ok sehr schön aber hier ist nichts hier ist nichts ok dann ist das in ordnung das ding ist halt auch erst sobald ich den ersten croc finde gehe ich davon aus dass es hier in der mission crocs gibt so da gucken wir uns kurz hier ein bisschen um gehen wir in die ganzen ecken rein aber normalerweise sind auch so schlachten fällt naja wobei nee ist es nicht wahr ich könnte schon auch hier sein aber so wenn er halt hier so viele sind dann sehe ich halt hier auch nicht ob da irgendwo gekrocken ist das ist ein bisschen doof gehen wir erstmal zu ein paar vorposten wir können ja auch die gänge zu den vorposten untersuchen wir kommen ja immer wieder in den anfang hier zurück naja wenn ich mir die karte angucke wir kommen ja immer wieder in den anfang zurück dann können wir das ja alles für miteinander verbinden dann machen wir nicht nur souverrein sondern erobern auch dabei ah die hier blöden ihr macht gleich mal hier einen abflug gehen wir erstmal da nach hinten wobei da geht es es geht auf beiden seiten weiter ok aber interessant ich mag die gegend hier das ist sehr interessant gebaut ich kann mich jetzt tatsächlich auch an die Quelle des Mutes im Dschungel gar nichts so krass erinnern im original ich kann mich an die Quelle des Mutes da erinnern wo die Fücher waren ähm in der Nähe von dem Instrument da kann ich mich dran erinnern aber an die Quelle das war glaube ich die Quelle der Weisheit oder die Quelle der Kraft aber an die Quelle des Mutes kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern wie die aufgebaut waren muss ja auch so aufgebaut waren wie hier selbst aufgebaut gewesen sein wie der eben so ähnlich zu sein ist aber ich kann mich nicht dran erinnern so richtig an sich waren die Quellen im original auch nicht wirklich relevant das war ja letztendlich nur meistens halt hey da ist ein Schrein und da kannst du dann die Drachenschuppe hinbringen so und das war's ja man musste die ja nicht wissen deswegen so schade aber das lädt mich auf das ist auch gut vielleicht kriegen wir wieder dass ich voll werde wieder es ist so finster und so viel und so viel Regen wie ich seh überhaupt nicht ob der ein Koch sein könnte ähm alle anderen Bäume gehen kaputt aber der nicht okay dann sind ja auch noch so viele Dekopflanzen da denk ich mir da kommt eine Kochpflanze raus ist aber nicht ist aber nicht der Fall so okay ach ist das so ein Ding? warte mal hey das interessiert den gar nicht okay interesting aber ich sehe jetzt auch nichts krockartiges wenn ich ehrlich bin hoffe dass ich mich da jetzt nicht vergucke bisher habe ich halt keinen einzigen gefunden das macht mich skeptisch ob es hier halt überhaupt Kocks gibt solange ich nicht einen finde bin ich eigentlich zuversichtlich vielleicht gibt es hier einfach keinen aber sobald ich dann den ersten habe das ist kritisch oh wait das hier hat überhaupt nicht zu so einem Ding geführt das hier war wait das war hier komplett optional dann muss hier doch irgendwas sein ist hier wirklich gar nichts vielleicht muss ich auch später nochmal hin ach ne das war ein Vorposten ach ne das war ein Vorposten da steht es ja eins von drei ich bin halt ich bin halt einfach eine Blindschleiche alles gut war ein Vorposten ich bin halt jetzt auf der Karte nicht mehr angezeigt weil ich ihn ja eingenommen habe deswegen ist da jetzt ja das blaue Symbol jetzt war ich wieder äh ne kennt er ja los halt so dann gehen wir jetzt den Gang hier hinten kurz hier hoch äh da kann man eigentlich hoch und gehen ja dann ab der Gang hier ist auch sehr eng erstmal kann man hier schon mal nicht verstecken hier ist so eine kleine Lüsche da kann man hier extra hochlaufen und dann ist hier einfach nichts verstehe dann haben sie hier mal den Bereich aufgemacht wo man sonst nicht lang kann und dann ist da aber einfach nichts Schwert geklopft Mist da Schwert einfach geklopft ah ihr schon wieder weg kusch furchtbar so ja komm ja 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 ah ja bohm hab ich noch genau gesehen was hier ist so okay ne Dua ist hier here die haut mir jetzt nicht gerade ... Luxus-Geschlügel, ah ja So, ja komm, machen wir erstmal hier die Dings kaputt Hier fangst du schon fleißig am Berg Der Feuermoblind ist auch gleich Am Ende So, tschüssikowski Mein Vorposten Gut So Mach dich mal alle weg, ich muss mit einem Krog umgucken Es wird vermutlich in der Mission gibt es einfach keine Krogs Bisher, weil, also, das habe ich halt noch kein einziges Was, wie gesagt, nichts heißen muss Aber Viel mehr als was ich hier sehe, ist hier halt auch nicht Und hier ist schon mal kein Krog Okay Dann Abflug So Haben wir das hier alles gemacht Okay Dann würde ich jetzt aber erstmal den anderen Weg gehen und nicht zu dem Vorposten Weil da gibt es jetzt ja einen ganz langen Weg Dann würde ich den kurz ablaufen, bevor wir zu den Vorposten gehen Hier ist auch nichts weiter Und hier am Rand Ah, da war ich schon Ja gut, okay Dann lassen wir die mal hier Die scheinen ja auch keinen Bock haben, zu Zelda zu laufen Sollen mir recht sein Und gehe erstmal den Weg hier nach hinten Weil der ist jetzt halt noch schön leer Und dann kann ich mich hier irgendwo umgucken Ich wette, wenn ich den gleich nachher gehen muss Dann wird der ganz anders aussehen, der Weg hier Dann gehen wir jetzt erstmal hier in diese Sackgasse rein Und stellen wie immer fest Wie sie sehen Sehen sie nichts Okay, andere Sackgasse Beziehungsweise Das ist ein Rundweg Das passt auch Soll mir auch recht sein Dann eben Rundweg Also wenn ich jetzt bisher Crocs verpasst haben sollte Weiß ich auch nicht Hier gibt es doch bisher überhaupt nichts Was wie Crocs Yo, ich hasse euch Macht euch weg Das ist nichts, was nach Croc aussieht Mit 100 Ruf innen Das ist auch okay Aber nichts, weshalb ich sagen würde Ey, hat sich voll gelohnt hier lang zu gehen Ich glaube, es gibt keine Crocs Kannst du mir irgendwie nicht vorstellen So, dann gehen wir hier unten noch rein Guck mal mit hier noch auf Ich meine, ich muss hier bestimmt eh gleich hin Aber dann habe ich hier schon mal aufgerollt Das ist auch in Ordnung Aber hier ist auch Hier ist auch einfach Im Prinzip nichts Hier ist nachher eine große Flette Oh, verdammter Mist Okay, einen haben wir schon mal Aber das ist jetzt halt wirklich der erste Den ich sehe aktiv Okay, hier gibt es nachher einen großen Kampf Gegen was auch immer Stahl hier noch Ist keine Ahnung Irgendwas halt Irgendwas halt Vielleicht auch um Leune Alles nichts schwieriges Okay Gut, aber es gibt Crocs Also ich sollte mich weiterhin gut umgucken Wäre doch schön Einmal es zu schaffen Alle Crocs mitzunehmen Ein verdammtes Mal Oh, das wäre doch was Hier kann man auch rein Erwartet mich am Ende irgendwas Ne Gähnende Leere Nice Wollte schon immer mal in Gähnende Leere reinlaufen Endlich habe ich mir diesen Wunsch erfüllt So Dann ist mal hier Da geht es hier lang Und hier lang Entschuldigung Für scannen Inwievor das ist einfach der einzige Croc auf der ganzen Map Weil das Ding ist Wir haben die Map jetzt abgelaufen Wir haben die Map jetzt einfach abgelaufen Wenn die nicht plötzlich größer wird Und sich erweitert An den ganzen Toren Die wir gesehen haben Dann ist das der einzige Croc Ich gehe jetzt zurück Und Ja Keine Ahnung ob ich irgendwo noch was übersehen habe Bestimmt Bestimmt war ich wieder blind So war es jetzt auch egal Das ist auch wieder eine Sache Wenn das die ganze Map ist Dann ist die super schnell abgelaufen Und je nachdem wie viele Crocs dann fehlen Entschuldigung Ist das auch schnell geklärt So Die Kämpfe wie verfleißig Seit ich sie hingeschickt habe Jetzt über den Weg Sie hätte eigentlich nie herkommen Perfekt So Abflug So das war das Gehen wir hier nochmal ein bisschen rum Ah Zelda 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 Auch die Abflug Ganz schnell zu Zelda Nicht dass das hier schief geht Was? Weil das klingt nicht gut Da muss ich einmal ganz schnell hinlaufen Achso Kollege So Zelda vielleicht sollst du nicht in der Gegend rumrennen Wo ich nur beim Schwert rumfug So Das war das So Verlasse ich die Falle und kehre nach Stoss Hyrule zurück Nimm Zelda zu fliehen Wieso gibt es jetzt hier 3 Millionen Punkte Achso Weil es ist Zelda da Achso Zelda läuft hier und soll da nach hinten Okay Ich verstehe Gut Wir eskortieren jetzt Zelda Das sollten wir hinkriegen Ich habe mich hier schon aufgeräumt Und sie läuft jetzt genau Sie läuft jetzt genau dahin Wo ich gesagt habe Da findet am Ende ein großer Kampf statt Das Gute ist aber Wir haben hier schon aufgeräumt Das heißt Das ist jetzt alles kein Problem mehr Endlich hier rein Das war wütend Na jetzt tauchen wir mehr auf Wir fällen Bäume und blockieren ihnen den Weg Okay Also soll ich jetzt hier zurückgehen Und die Okay Dann gehe ich halt zurück Und blockiere die Und blockiere den Weg Auch kein Problem mehr damit Ausgezeichnet Okay Meinetwegen Wir wären zwar fast am Ziel gewesen Aber gut Dann blockieren wir halt erstmal den Weg Welchen noch? No Kollege Weg mit dir Da hinten ist überhaupt jemand Der dich interessiert Du machst gleich mal Den Abflug Haben wir uns verstanden So Weg mit dir Und dann fällen wir einmal den Baum Hier Easy Jetzt haben wir keinen Baum Jetzt gehen wir zurück zu Zelda Und laufen weiter Oh Vader Moment Ah Ich hab da was Okay Ich muss ganz kurz So soll es sein Okay Kann ich Kann ich Ich hab eine Sache gesehen Ich hoffe ich kann Zelda da kurz stehen lassen Ich meine es wäre eh schlecht wenn die zu hier kommen Also wäre das doch bestimmt in Ordnung Wenn ich hier erstmal aufräume Hier kommt nicht Nein Hier passiert hier Du passierst hier einen Scheißdreck Mein Freund Aber das Ding ist Ich hab halt gesehen So Ich hab gesehen Dass da hinten Ist das Tor jetzt offen Da ist neuer Bereich aufgegangen Nämlich der Bereich Der war vorher auf der Karte Nicht erkennbar Der war nicht sichtbar Wenn hier ein Krok ist Ich beiß mir den Hintern Wenn ich nicht hierhin gelaufen wäre Na Das So ein Ding ist das Wenn hier nichts ist Beiß ich mir den Hintern Wenn dadurch die Mission entscheidet Weil ich hier Zeit verschwende Hier ist nichts Okay Dann glauben wir Dass hier nichts ist Und wow Sie können hier nicht durch Sie können hier nicht durch Mega dramatisch Aber sie können hier außen rum Das ist auf jeden Fall Mega den Weg abgeschnitten Also Das ist wirklich Mega den Weg abgeschnitten Beste Beste Strategen Beste Strategen hier Auf jeden Fall am Berg Oh nein So okay Jetzt machen wir hier gleich mal Schicht im Schacht Und jetzt ist hier der Endkampf So was kommt jetzt für ein Typ Irgendwas muss ja passieren Irgendwas muss ja passieren Das da geht auf wahrscheinlich Wait a moment Wait a moment Yo die Karte hat ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Zuwachs bekommen Das ist jetzt nicht das was ich wollte Ist das hier auch noch aufgegangen? Oh scheiße Ja ist ja in Ordnung Ja ist ja in Ordnung So weg mit euch Okay ist jetzt weiter gelaufen Jetzt muss ich aber erst kurz hier reingucken Freunde Da ist ja auch eine Mission Irgendwas ist da ja Ich achte auf den Lebensbalken von Zelda Ich schaue da auf jeden Fall hin Wenn der zu schnell runter geht Wird nicht aktiv Aber es ist ja nicht verkehrt Hier auch erst mal aufzuräumen So macht euch jetzt mal weg hier Okay so ist hier irgendwas Cordy technisches Ihre Energie sieht okay aus Der Weg hört auf jeden Fall dann hier auf Hahahaha Äh Hä 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 Bin ich dumm? Ich meine allein dass wir das nicht in den Händen haben Das schon Okay komm her Dann eben so Meine Nerven Okay Nummer 2 Es ist also wichtig hier hinten hin zu laufen Jetzt ist die Frage ist da noch was Da ist ja noch ein Gang Und hier ist noch ein Gang Und überall ist noch ein Gang I don't know Da ist noch eine Truhe Okay die nehmen wir auch noch mit Das ist zwar nicht was ich gesucht habe Aber da ist es nehmen wir auch noch mit Gut So Dann können wir hier runter auch noch laufen Ja das ist alles ein extra Weg Und führt am Ende wieder zum Anfang Ah ja Hast auch noch mal eine Truhe Okay Mehr ist hier aber nicht Oh Gott Hahaha Jo Zwei Koks Die ich verpasse Wenn ich nicht hier diesen Weg nach hinten gelaufen werde Man muss so nachdenken bei den Koks Dass man nicht Nicht vorhetzt Man muss das Spiel mich aber auch hier wirklich mich umschauen lassen Ohne dass Zelda jetzt gleich drauf geht Es passiert ja auch nichts So man sieht ja Es passiert effektiv nichts Gut Sehr schön Dann haben wir hier alles gesehen Hoffe ich Dann können wir zurück zu Zelda Und weiter fleißig eskortieren Das war zu langsam Egal Oh er ist noch reingerannt Ja moin Soll mir recht sein Ja So Okay jetzt hier vorsichtig umgucken Das machen wir einmal ganz fix so So soll es sein Genau So sehe ich das auch Wie geht es weiter zum Flug Und okay Ihre Lebensanzeige ist weg Das wäre es nicht mehr relevant Als könnte man jetzt einfach Sich so ein bisschen umgucken Oh Gott Jetzt wird es halt nochmal hier echt ein Labyrinthik Jetzt muss ich gut die Übersicht behalten Zweckskopf Also ich hoffe das Spiel wird mir schon mitteilen Wenn ich hier Ne Er zu Zelda muss Und jetzt nicht hier lang darf So So aber hier nach hinten Wie gesagt Das ist ein extra Weg Das sollte ich laufen können Da ist auch eine große Monsterhorde So da könnte ich mich Ich könnte mich auch erst mal aufräumen Auf jeden Fall Hier nach hinten Da ist eine Truhe Achso Das war so eine Truhe Gut dann haben wir das gesehen Dann können wir jetzt hier noch Den anderen Gärten machen Da ist mein Krog Jawohl So ein Ding ist das Und dann können wir jetzt hier noch aufräumen Moin Easy Dann haben wir das hier mal eben schnell eingenommen Das kann auf jeden Fall nicht schaden Ich denke jetzt auch nicht Dass hier drinnen noch ein Krog ist Wenn die schon draußen der Krog war Aber Man sollte es natürlich vorsichtig umgucken You never know Okay So weit sieht das gut aus Okay Okay Da waren wir Dann kann man eigentlich jetzt einfach hier Auf direktem Wege Den Spaß wieder verlassen Und einmal da unten rum gehen Hier ist nix Tschüss Ist auch nix Ah ich muss Ich seh was Ich seh was Ich muss dann die Mitte noch rein Ach scheiße Genau das wollte ich verhindern Aber egal Ja hier muss ich noch rein Das kann ich bestimmt auch noch einnehmen Das Ding hier Wobei das jetzt keine so Ansicht gekommen hat Also maybe not Ah dann rollen wir ihn einfach so kurz auf Bevor die auch mal loslaufen Ne Machen wir die gleich weg Okay Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern Hier war nichts weiter Ne Hier war nichts weiter Ich hab nix gesehen Vielleicht bin ich blind Aber ich hab nix gesehen Okay Gut So Dann Haben wir den Bereich auch So weit abgeküttet Hätte ich jetzt mal behauptet Joa Okay Und dieser komplette rechte Bereich Ist sozusagen gegenstandslos Für die Hauptquest Ist in Ordnung Hier steigt die Party Mach mit Zur Party So Das war ne kurze Party So Jetzt gehen wir mal kurz hier noch außen rum Hier in die engen In den engen Raum rein Hi Ja so treffe ich den halt niemals Manchmal fängt man sich schon Ich muss die Sachen vorstellen So Tschüss War cool mit dir Ja Eigentlich nicht mal ne Lüge War langweilig mit dir So Aber hier ist auch nix Ist der ganze Rote Große Wie bitte Ah Okay Hier aber noch Gibt es keine Keine Lebensanzeige Ich denke Ich bin noch recht safe Jo Freunde Oh Davon habe ich Schon mehrere gesehen Muss ich jetzt damit noch was machen Da war hier auch eins Aber das ist kaputt Ich untersuche das Relikt Ach Gott Ach Gott Wird da jetzt noch mehr draus Aus dem ganzen Spaß Wir werden es gleich erfahren Fürchte ich So Äh Wir gehen jetzt einmal den unteren Weg durch Und dann den oberen Weg zurück Dann sollte ich die beiden Die Regionen nach Cox abgesucht haben Ja Soviel zu Das ist eine kurze Mission Die baut sich leider auf Ja Ich bin doch schon unterwegs Chill Chill mal Spiel Okay Chill mal So Jetzt gehen wir noch hier oben rum Hier ist auch einfach nix Okay Da ist schon das Relikt Vielleicht erst noch dran vorbeilaufen Oder wird es direkt ausgelöst Wenn ich mich dem Ding nähere Aha Ah Bin ich erschrocken Das war eine Kiste mit einem Krok Gut Soll mir recht sein Achso Hier ist das Ding kaputt Und da kann man jetzt Okay Ich verstehe Da kommen die nicht drüber Weil Also da drüber klettern Ist definitiv zu schwierig Das kann keiner Aber die Verheerung aufhalten Das können sie So Aktivieren Was tust du jetzt Ach du bist ein Laser Ah ne du machst Ja ist okay Hat einfach mal Hydro Pumpe eingesetzt Die Attacke war sehr effektiv So aber jetzt ist ja nicht mehr weit Also wenn die Karte nicht noch Drei Millionen Quadratkilometer nach Rechts auf geht Nach links auf geht Dann sind wir hier gleich durch Hier kommt noch ein großer Kampf Zwei Leunen wahrscheinlich Was Ja oder so ein Ding Was Die Frage ist Ist auf diesem Kampfbereich Noch ein Krok versteckt Ich vermute nicht Aber kann man es wissen Nein Also laufe wir ganz kurz Den Kampfbereich ab Denn ich bin mir ziemlich sicher Wenn wir diesen Kampf beenden Ist auch die Runde zu Ende Deswegen laufe ich hier einmal kurz nach hinten Na da ist einfach nichts Okay Na dann hauen wir ihn weg Der tut jetzt ja auch nichts wirklich Spannendes Anderes als Andere Okay Jo was hast du denn da Hand Ich kann mich grad nicht bewegen Aber das ist okay Weil ich hab einen Takt Haken raushauen können Sehr schön Ich komm aber irgendwie Komm ich grad Ah jetzt komm ich weg Da war ich wohl an einer Imaginären Ach jetzt nimm doch schon wieder So einen Baumstamm Ist okay Das hat mich in der Haut Wow Du hast schon drauf Kollege So Zack Okay Aber ich frag mich jetzt wieder Wenn ich da ins Kopf verpasst haben sollte Wo Na Ich kann's mir irgendwie nicht vorstellen Ach ja Äh Falsche Ah ne ich hab's noch erwischt glaube ich Ich hab glaube ich hab's noch erwischt Ja sehr schön Perfekt Ach Junge ist doch in Ordnung Ja der ist down bevor wir ihn in die nächste Phase kriegen aber es ist egal Mach dich weg Ja und das endet die Mission Genauso hab ich mir das vorgestellt Okay Ich hoffe wir haben alle Kops Sonst bin ich traurig Seid ihr Alle unverletzt Zum Glück Ja easy Was haben wir euch zu verdanken Ohne eure Erkenntnisse Aber nein Unser aller Zusammenarbeit war der Schlüssel Was genau hat Zelda jetzt gemacht Hört mal her Sie sagt dass wir Bräume fällen sollen Ja Prinzessin Zelda Ihr sagt dass ihr die einzige werdet die nicht ihren Beitrag leistet Doch das ist einfach nicht wahr Gerade eben habt ihr uns alle gerettet Zum Beispiel Na gut über das Relikt Weil über den Baumstamm kann man ja nicht klettern Absoluter Sicherheit nicht vergebens sein Vielen Dank im paar und dennoch ich werde bis zum letzten kämpfen um meine Bestimmung zu erfüllen Ja in 100 Jahren dann Es gibt keinen anderen Weg Aber vielleicht in dieser Linie Vielleicht in dieser Zeitlinie Ich lass mich überraschen Ich lass mich überraschen wie sie es machen Ich lass mich sehr überraschen Ich kann mir nicht vorstellen dass wir dieses Spiel beenden mit alle sterben Das kann ich mir nicht vorstellen Das wäre irgendwie komisch Aha Sternentschuldung Eier Torte Beutigquote für Materialien plus 15% Lecker Okay Noch nie Rezepte verwendet So kommt noch eine Sequenz Glaube nicht Ich glaube wir kommen auf die Karte zurück und gucken gleich auf uns Crocs fehlen Wahrscheinlich fehlen drei Crocs oder so Ich raste aus So da ist die neue Hauptmission Die ist ja aber direkt nach einem Schloss jetzt ne Oh oh haha Hier passieren Dinge Jo hier sind drei Titanengeschichten aufgetaucht Schloss Hyrule Ist die nächste Mission Ich habe Fragen Ist das das Finale? Aber es fehlt ja eigentlich Eigentlich fehlt ja noch ganz viel Keine Ahnung Wir werden sehen Letztes so ein Zwischenschritt So wo waren wir gerade? Welche Hauptmission hat mir die hier ne? Ja Wir haben alle gefunden Perfekt Dann an der Stelle danke fürs Zuschauen Und tschüss